Ich habe für mich eine Möglichkeit gefunden, meine Lebensqualität zu verbessern. Vorher habe ich ja jeden Tag Schmerztabletten genommen und zusätzlich Magentabletten. Das ist wie eine Kettenreaktion. Ganz genau. Die optimale Vorgehensweise ist, die richtigen Übungen zu machen und die zu kombinieren mit so einer Ernährung. Das ist das Optimum. Gleichzeitig aber, und da bin ich ihm so dankbar, super gut schmeckt. So wie es Johann jetzt geht, so kann es euch auch gehen. Er hat sich auch darauf eingelassen, was er am Anfang gar nicht geglaubt hat. Aber er hat es gemacht und jetzt geht es ihm einfach gut. Dieses zweite Buch heißt nämlich Essen gegen Schmerzen, weil man kann nämlich noch... Von Fuß bis Kopf oder umgekehrt. Ganz genau. Und darum geht es. Und deswegen ist es auch unsere gemeinsame Geschichte, warum wir gesagt haben, wir machen noch ein weiteres Buch. Wenn es mir persönlich besser gehen soll, dann ist es doch sinnvoll, etwas dafür zu tun. Untertitelung des ZDF, 2020